Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikro-Controller-Kurses. Heute soll es nun um die Programmierübungen gehen vom letzten Mal. Da ging es ja um die Parameterübergabe und die Rückgabe aus Funktionen. Und zwar hatte ich folgende Aufgabe gestellt. Es sollten drei Funktionen programmiert werden. Es ging um die Berechnung von Umfang, Fläche und Volumen. Umfang eines Kreises, Fläche eines Kreises und das Volumen eines Zylinders sollte berechnet werden. Wobei bei der Berechnung des Volumens noch darauf geachtet werden sollte, dass innerhalb dieser Funktion die Fläche, also die Grundfläche des Zylinders, dann über die Funktion Fläche berechnet werden sollte, sodass wir innerhalb der Funktion Volumen noch eine weitere Funktion Fläche aufrufen. Das Ganze sollte so funktionieren, dass zu Beginn von Main Radius und Höhe über die Ports P1 und P2 eingelesen werden und am Ende von Main dann entsprechend Umfang, Fläche und Volumen wieder ausgegeben werden. Damit wir nicht mit Nachkommastellen rechnen müssen, haben wir uns für die groben Werte geeinigt, auf die groben Werte geeinigt. Das heißt, wir nehmen für Pi einfach 3 und nicht 3,1415 und so weiter. Und für diese Übung reicht das vollkommen. Okay, gehen wir direkt mal in den Emulator. Und zwar können wir hier oben zunächst einmal diese drei Funktionen deklarieren, die wir brauchen, das ist einmal die Funktion Umfang, die bekommt ja den Radius übergeben, ebenfalls als Integerwert. Man hätte auch einen Charakter nehmen können, das würde auch gehen. Dann haben wir die Funktion Fläche, Fläche bekommt ebenfalls einen Integerwert übergeben. Und dann haben wir die Funktion Volumen und diese Funktion Volumen bekommt ja den Radius und die Höhe übergeben. Das heißt, dort haben wir zwei Integerwerte. Okay, damit wäre die Deklaration zu Beginn schon mal fertig und wir können unten direkt diese Funktion definieren. Ich kopiere das einfach mal runter. Und zwar die Funktion Umfang soll ja den Umfang berechnen. Das heißt, wir definieren erstmal eine Variable u als Integerwert. Dort werden wir den Umfang berechnen. u ist gleich der Umfang eines Kreises 2πr. Also 2 mal π, haben wir 3 genommen, mal den Radius. Das ist der Radius, der hier oben übergeben wird. Das heißt, ich muss es auch entsprechend so angeben. Okay, wir schließen mit Semikolon und können letztendlich das Ergebnis u schon wieder zurückgeben an die aufrufende Funktion. Damit wäre die Funktion Umfang bereits fertig. Das Ganze machen wir auch für die Fläche. Ich gucke das auch mal runter, weil die Funktion so ähnlich aussieht. Und hier übergeben wir auch wieder einmal den Radius und wir berechnen die Fläche F. Die Fläche F sind bei einem Kreis mit πr², also 3 mal Radius und das Ganze mal Radius. Und wir geben die Fläche zurück. Und damit wäre diese Funktion auch schon fertig. Und dann haben wir noch das Volumen. Das Volumen bekommt einmal den Radius übergeben und die Höhe des Zylinders und wir müssen eine Zwischenrechnung machen, um das Volumen zu berechnen. Wir haben ja Radius gegeben und Höhe, das heißt die Grundfläche haben wir noch nicht. gegeben. Die müssen wir noch ausrechnen und reservieren dafür mal eine Variable und auch eine Variable V, um das Volumen nachher zurückgeben zu können. Und die Fläche, die wir hier berechnen, F ist gleich Fläche. Da rufen wir jetzt die Funktion Fläche auf, um die Fläche zu berechnen. Und zwar mit dem Parameter Radius. Und wenn wir die Fläche berechnet haben, dann können wir auch das Volumen berechnen. Volumen eines Zylinders ist Grundfläche, also unsere Fläche mal die Höhe. Und die Höhe wird uns ja von der aufrufenden Funktion hier oben mit übergeben. Und anschließend können wir das Volumen zurückgeben. Okay, wir kompilieren das Ganze mal, um einfach mal zu sehen, ob wir bislang gröbere Fehler vermieden haben. Das ist nicht der Fall. Wir haben also ein paar Fehler gemacht. Und zwar in Zeile 67. Da habe ich hier oben noch ein Semikolon, was da nicht hingehört. Kompilieren nochmal. Wir kriegen nur Warnings. Und zwar bekommen wir die Warnings vom Linker. Das Compiling Hello.C hat funktioniert. Und nachher der Linker meckert. Und zwar meckert er, dass wir hier Funktionen definiert und deklariert haben, die wir ja gar nicht benutzen. Aber das können wir jetzt schnell ändern. So, und zwar machen wir das hier oben. Printf. In Main, wir möchten zunächst einmal die Ports P1 und P2 auslesen, um dort Radius und Höhe übergeben zu können. Also in der Variable R, die wir gleich da oben noch definieren müssen, da speichern wir den Radius ab. Und in der Variable H, da speichern wir die Höhe ab. Okay, das sind zwei Variablen, die wir hier definieren müssen. Das war R und H. Des Weiteren brauchen wir gleich noch Variablen für die berechneten Werte, Umfang, Fläche und Volumen. Das heißt, ich definiere hier oben auch mal direkt ein U. Ein F und ein V. Okay. So, und das können wir dann jetzt hier unten gleich auch berechnen. Und zwar U ist gleich Umfang von dem, was wir übergeben haben. Das war von dem Radius. Und das haben wir in R abgespeichert. Dann haben wir die Fläche, das ist gleich Fläche von R und das Volumen, Kolon. Und das Volumen V ist gleich Volumen von und dann übergeben den Radius und die Höhe. So, dann haben wir Umfang, Fläche, Volumen berechnet und entsprechend in Variablen U, F und V abgespeichert. Und die können wir jetzt ausgeben, indem wir sagen, Printf und dann Umfang, Doppelpunkt und da soll der Umfang ausgegeben werden. Das gleiche für die Fläche. So weit. Fläche. Und da möchten wir das F ausgeben und beim Volumen, beim Volumen möchten wir das V ausgeben. So. Das ist auch nochmal zu viel gewesen. Okay. So, was passiert? Er gibt in Main aus und liest sofort die Ports aus. Das ist nicht ganz so günstig. Ich schreibe erstmal eine Null in die Ports, damit ich nicht die ganzen Ports gleich löschen muss. Und dann warte ich zunächst einmal auf eine Eingabe, sodass ich hier genügend Zeit habe, die Ports zu setzen, bevor die Ports nämlich ausgelesen werden. So. Vielen Dank.